Der Power Reiniger spielt gegen uns damit handwunderlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2.2 gegen 2 Wie hieß denn überhaupt Brev? Ja, ne? Brev Power Reiniger ist das, oder? Ich glaube ja. Woof ist auf jeden Fall der Clan. Mit V. Das ist bestimmt Franzosen oder so. Alexius klingt nicht Französisch, muss ich sagen. Wenn wir ein Mikrofon haben, kannst du den Zirkumflex-Key zu sprechen, um mit deinen Mitgliedern zu sprechen. Brecher können kleine Klippen. Kleine Klippen ist auch schön. Mehr konnte ich nicht lesen. Zirkumflex geht doch gar nicht. Hallo, hallo. Das geht nicht. Das musst du aktivieren in den Optionen. Das hat mir der Typ nicht gesagt. Ich habe außerdem, glaube ich, alle automatisch gemutet oder so. Das kannst du, glaube ich, auch nochmal. Ich glaube, es hat noch nie jemand dieses Chat-System von StarCraft 2 benutzt. Ich kann die haben und traue ich es zu. Der nimmt immer einen Discord auf, Zadrack. In einem vernünftigen Sachen. Mit Mono nimmt der immer einen Discord auf. Discord ist einfach so schnell. Discord ist richtig geil und kostenlos. Discord ist so schnell. Und nicht dieses komische Ding wie Teamstick, wo du nichts lesen kannst. Du musst ja auch nichts lesen. Doch, das ist das Schöne in einem Discord. Da kann man auch mal was lesen. Das ist Quatsch. Da kannst du sagen, ich gehe gerade mal aufs Klo, wenn der andere weg ist. Oder mal ein Bild posten. Das ist das für ein Aufwand, wenn ich dir ein Bild posten will, immer. Ja. Das Discord schlechter ist, ist ja generell bekannt. Nicht korrekt. Wir haben ja auch im Football Manager Discord ausprobiert und das haben alle Kacke gefunden. Ja, im Football Manager sitzen auch nur 48-jährige Leute, wie Gotti. Ja. Die können ja nichts. Die Fabi ist sogar jünger als ich, wenn ich eine Frechheit finde. Und dass das Mr. Dauerwerbesendung nicht gut findet, ist ja wohl klar. Weil der findet ja nichts gut. Ja, hast du dir meinen Stream von Gotti angeguckt? Da siehst du das Bild ganz klein oben rechts im Hintergrund. Und überall sonst steht, abonnier meinen Kanal. Und wir haben auch gerade zwei Abonnenten. Und es gucken drei Leute zu oder so. Es stimmt ja, Gotti, es stimmt ja auch nur noch. Ja, wenn du mal früher da gewesen wärst, wäre er vielleicht gekommen. Es hat ja einen Grund, warum er nicht mehr kommt. Er hat übrigens ganz schön... Du hättest dir mal einmal angucken können, das ist ein Double Gate, ne? Ist das richtig? Weiß ich nicht, das eine ist nur am Wabern. Ja, das hättest du dir mal angucken sollen, anstatt da irgendwie... Ja, sorry, dass ich auch nebenbei noch spiele. Ja, du hast dafür versucht, mit einem WWF einen Worker zu killen. Das Schlimme ist, du hast es sogar geschafft, glaube ich. Ja, hab ich. Ja, das Double Gate. Du greifst währenddessen mal das Gate an mit deinem Ruka, Zahog, ne? Machst du gut. Ja, das war so der Plan. Ich hab währenddessen drei Worker gekillt, aber du lenkst ja schnell ab. Ja, ich hab abgelenkt, ne? Ja, es war ja noch nix da zum Ablenken. Tu nicht so. Oh, Linge. Wir müssen hier ganz schnell weg. Wenn die gleich Speed haben, haben wir ein Problem. Ja, booste die am besten vor dich. Ja, alles gut. Ich hab natürlich meine Backup Marines gebaut. Ach, du auch nicht? Das ist das. Ja, ich bin ein geborener Terraner. Ich bin nicht auch nicht. Das ist nicht mal falsch. Ich hab aber auch den Reaktor vergessen. Ne, den hab ich gebaut, ja? So schlimm ist ja nicht bei mir. Aber ich hab meine extra auf dem Highground genommen. Das ist ein Unterschied zu dir. Ja, ich dachte, wenn da gleich ganz viele Linge kommen, ist das besser. Kann ich diese immer Fähigkeit der Terraner nutzen. War da sonst mal irgendwas interessantes, nur Gateway und die Nützen. Und der andere hatte schon viele, 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 einige Linge. Deshalb bin ich ja auf meinem Highground. Ich denke, wir sollten einfach einen Push machen, wenn wir beide Stim haben, oder? Dann ist das Spiel vorbei. Entweder positiv oder negativ. So, jetzt hab ich Stim angefangen. Ja, ja, so viel früher ist meins ja jetzt auch nicht. Das sind nämlich die Linge, die kommen jetzt zu dir. Obacht. Bei mir konnte er ja noch nichts machen, weil meine Exe steht ja auf dem Highground. Jetzt ist er bei dir und du hast sie nicht beschützt, obwohl ich dir das dreimal jetzt gerade gesagt habe. Na, manchmal verstehe ich den Rock nicht. Wingste mit nem ganzen Zaun, nicht nur mit nem Zaunfall und er macht das trotzdem nicht. Der Stim hab ich jetzt eher noch wegen. Oh, jetzt hab ich nen Marauder gebaut. Und, äh, ja, ich hab nen Marauder. Ich weiß nicht, wie's bei dir so aussieht, aber ich hab nen Marauder. Das ist gut gegen den Terraner. Äh, gegen den Terraner vorhin. Gegen den Protoss. Ja, also einen Marauder würde ich jetzt nicht als so mega geil hinstellen. Ja, das ist besser als keiner. Und Marauder sterben nicht so schnell von Storm, ja. Und so gut gegen Stalker. Ja, er ist jetzt hier, ne, der Breff-Power-Reiniger. Aber hast du ein schlechtes Inkub? Ach, weil hier fünf Worker neben dem Gerard entstehen. Ja, und weil du die Hälfte der Worker gerade an deiner Natural verloren hast. Das waren mindestens nur sieben. Ja, eben. Sie sind jetzt schon wieder da und du beschützt sie immer noch nicht. Das war stark, Herr Rix. Ich weiß, hab ja auch ich gemacht. Also, Stim ist jetzt durch bei mir. Hier ist ein Observer. Hier ist jetzt tot. Ich war aus der Playblock, aber ich hab die Immer-Fähigkeit genutzt. Ich hab auch Stim. Und ich hab die Immer-Fähigkeit genutzt. Gut, wie, was machen wir dann erstmal bei Minivax? Aber du hast noch keinen Reaktor dran. Ja, ich hab gleich... Den baut man doch an der Factory, Herr Rock. Nein, an der Factory gegen Zek baue ich immer ein Scheiß-Ding. Ja, aber wir spielen auch gegen Protoss. Dann musst du das so machen. Vor allen Dingen, wenn wir einen Push machen wollen mit Stim. Der Tod muss dazu tun, Frau Klöer. Warum stehen denn nicht alle hier nur rum? Keiner hat mehr Bock zu arbeiten. Ich bin ein Vorbild an dir. Nicht in der Reihe. Nicht in der Reihe. Nicht in der Reihe. Nicht in der Reihe abgeschlossen. Nicht in der Reihe. Okay, Combat Shield und Dingens ist durch. Gut. Was machen deine Mewex? Wir sind gerade angefangen. Ah. Die wollen doch echt wenig Worker, ne? Ich auch. Ich bin echt schlecht mit der Reihe. Merke ich immer wieder. Ich muss jetzt eigentlich Depots bauen, aber da habe ich kein Geld für. Sag doch, was ist, dass du losrennst. Ich will dann wieder zum Tower of the Watch. Ja, du bist aber durch den Overlord gegangen. Das heißt, wir müssten jetzt was machen. Hab ich mir im Einsatz bereit. Das kommt noch auf alles aus zurück. Durchgeladen. Los, endlich. Wir sind bereit. Let's go. Sieh mir im Einsatz bereit. Ja, sind doch auf dem Weg. Meckern nicht. Der Mecker-Guriks. Nee, ich habe ja nicht gemeckert. Ja, mach doch schon was. Da ist noch nichts. Da ist noch was. Wo ist mein Tank? Ich habe doch irgendwo einen Tank, oder nicht? Welchen Dinger bin ich abgefangen? Ja, das war dein Tank. Sieh mal den Tank. Ich habe auch einen Tank. Ich komme nicht dran wegen dieser scheiß Midi-Wex überall. Wenn zwei Spieler Midi-Wex hier stehen haben. Mein Tank ist tot. Deine steht noch. Das ist ein solider Plan. Der hat da so Sentries. Ja, eine. Das ist nicht so wild. Das ist ein Koloss. Der ist ein bisschen schlimmer. Lass mal drauf gehen. Der hat aber keinen Extended Thermal-Lens. Was ist das für ein Nud-Koloss? Deringer. Ich habe sie geblockt, dass du da frei oxidieren kannst. Ich muss neu sammeln, neu sammeln. Geh mal drei Meter nach hinten an den Watchtower wieder. Aber wir haben eine Base rausgenommen. Meine Ansicht. Ja, du hast aber ja auch nicht diese Base, die wir rausgenommen haben, oder? Ja, der ist ein Zert. Der hat immer eine mehr. Meistens. Kommt. Wir haben eigentlich ein bisschen wenig, dass wir hier so mutig sind. Was ich nicht verstehe, ist, weil damit... Oh, ein Bändling im Moff. Ja, wir haben einfach auch deutlich zu wenig. Du musst gleich evakuieren. Lass mal evakuieren. Lass mal in den anderen Watchtower gehen. Lass mal in den anderen Watchtower gehen. Kommt. Nicht genügend Mineralien. Wir kommen nicht. Auch neue Tanks eigentlich. Was machen deine Upgrades? Die sind noch nicht auf dem Weg. Gott, wenn Zahok das schon sagt. Und ich sage, die sind auf dem Weg, dann ist alles zu spät. Nicht genügend Mineralien. Afraid. Abmarsch bereit. Baby, wir müssen spielen. Nicht genügend Mineralien. Echt gar kein Geld, ne? Weil ich so wenig Worker habe. Ich weiß auch nicht, warum ich so schlecht bin im Makro-Meterranen. Ich bin generell schlecht. Dann ist er kein Mineralien. Ich bin zu Flyblock. Es sind hier drei Linke in deiner Nettril. Ja, machst du gut. Links kommen... Du rennst leider in den Gegner, Herr Rock. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Was machst du da? Warum klumpst du jetzt wieder? Das holt mich so nicht. Aus der Bahn! Meiner Meinung nach war das nicht richtig. Warum meine dritte jetzt, Herr Rock? Den wollte ich gerade machen, da wurde ich abgelenkt von... Da kommt irgendwer. Ja, du musst dich nicht mal ablenken lassen. Wir brauchen übrigens Vikings. Ich sollte mal übrigens hier ausladen. Weil wir haben zwar seine dritte abgeräumt, aber seine vierte lief hier wunderbar, ne? Die vierte ist immer überbewegung. Obacht! Lass dich nicht da reinpullen. Du hast mich da reingepullen. Wo bleiben denn meine Vikings eigentlich langsam mal? Meine kommen gleich nach vorne. Das sieht nicht gut aus für uns. Er kommt! Das ist jetzt ein ziemliches Mist-Engagement von ihm. Lass mal die Tanks mit nach vorne ziehen. Die, die, äh... Kloster sind alle tot. Das ist eigentlich unsere perfekte Angriffsgelegenheit hier gerade. Makroooon! Der Emanuel! Klinge von hinten. Hydrust von hinten. Tod, alles... Deininger! Jetzt sind vereinzelte... Das stimmt. Ja, das hat er sich mit dem Engagement da in der Mitte selbst verkackt gegen 18 Tanks. Naja, vier. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen hätte er eigentlich auch hier andere Sachen noch haben müssen. Er hätte irgendwie nur fünf Bailinger gefühlt, oder? Weil der Protoss hatte was. Aber was war denn mit dem Zerg? Also die Bailinger sind in die Tanks gefahren. Ja, also der Zerg hatte eigentlich auch was. Und das waren ja nur so ein paar Bailinger, oder? Naja. Wir werden es nie erfahren. Tschüss. Jetzt werden wir heute bestimmt theoretisch Diamond 2, aber die Ladder ist ja gesperrt. Tschüss.